Das ist aber auch ein richtig gutes Buch gewesen. Falls irgendeiner von euch das finden kann, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr euch auch für Zombies interessiert. Allerdings nur den ersten Band. Er hat zwei Bände geschrieben, der zweite muss fürchterlich sein. Also der zweite muss schlecht sein, der erste muss aber richtig gut sein. Aber man kann den ersten für sich eigentlich auch schon lesen. So, jetzt gehen wir mal da hoch, da waren wir auch noch nicht. Und da oben sind Krähen. Die Krähen sagen mir, komm zu mir, komm zu mir, da wirst du was Tolles finden. Und wenn es unsere Federn sind. 98 Tage und 9 Stunden. Ich glaube auf jeden Fall, wir werden es schon hinbekommen. So, jetzt rennen wir mal wieder. Dass wir da auch mal irgendwo heute noch hinkommen. Wie gesagt, die 100 Tage, die will ich heute auf jeden Fall noch voll bekommen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir da das Achievement. Was ist das jetzt hier? Die Haseninsel, genau. Genau. Ich glaube, ich stelle hier einfach jetzt mal so unsere Hasenfalle auf. So. Wir werden erfahren, früher oder später, ob da ein Hase drin gelandet ist. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht, wirklich einen Hasen mit Pfeil und Bogen zu jagen. Ich glaube, das ist irgendwie verschwendete Liebesmüh. Hallo, Hase. Noch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, genau. Tagebuch der Apokalypse. Dankeschön. Dankeschön, Voxi. Genau, vom Burn war das. Hast du es auch gelesen? Oder hast du es gerade eben bloß gefunden? Nach meiner Beschreibung. Also, wie gesagt, den ersten Teil kann ich definitiv empfehlen. Er erwartet keine hochwertige Literatur in dem Sinne. Es ist halt einfach nur so in Tagebuchformen geschrieben. Und es ist trotzdem sehr, sehr spannend, wie das Ganze da sozusagen abläuft. Und wie er halt die Sache so sieht mit moralischen Entscheidungen und so weiter und so fort. Das muss doch irgendwie ein Leichnam sein, wenn hier da so rumfliegen, die Viecher. Also, Hagebutten, cool. So, inzwischen bin ich auch ein Fan von Hagebutten. Das war ich früher nie. Ja, genau. Danke, Speedkill. Du bist der Einzige, der gerade eben hier einen Link posten darf. Fühle dich prädestiniert. So, wir essen erst mal was. Gucken natürlich, dass wir das Richtige essen und nicht das Falsche. Also, wie gesagt, ich habe das mir damals von meinem Kollegen ausgeliehen und gelesen. Neben den Versuchen, die ich da teilweise gemacht habe. Ich meine, als Wissenschaftler sitzt, also du kannst als Wissenschaftler natürlich, in der Regel hast du sozusagen die Situation, entweder du machst Versuche oder du machst Theorie. Es gibt auch Situationen, da kannst du sowohl einen Versuch machen als auch Theorie, aber es geht nicht immer. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit zu deinem Versuch rennen musst und alles, was du tust, theoretisch abbrechen musst, dann kannst du natürlich quasi dich nicht in einen, wir nennen das Paper, also in einen Artikel einlesen, weil du ja da konzentrierter mit arbeiten musst. Aber manchmal hast du so die Möglichkeit, dann einfach da kurz mal was zu schmökern. Und das habe ich getan und da habe ich das so nebenbei mal kurz mal gelesen. Und das war durchaus unterhaltsam und spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, ja, mein Chef erlaubt das. Es gibt andere Chefs, die erlauben das nicht. Mein Chef sagt quasi, komm, bevor du dich langweilst oder irgendetwas Ineffizientes tust. Mein Chef ist da ähnlich drauf wie ich quasi. Es gibt nichts Schlimmeres als idiotische Arbeit, die letzten Endes zu nichts führt, so nach dem Motto, nein, sie dürfen hier nicht Radio hören oder nein, sie dürfen hier das nicht lesen. Sie müssen nur arbeitsbezogene Dinge tun, weil, ist halt so. Auch wenn es jeglicher Wissenschaft und Psychologie widerspricht. Das handhaben wir so, denn wir sind eine deutsche Firma und deswegen unlogisch. Oder wie muss ich das verstehen? Ja, wie gesagt, Effizienz heißt nicht, dass man die ganze Zeit nur Dinge tut, die irgendwie so dran stehen, sondern Effizienz ist das, was am Ende rauskommt. Am Ende wird abgerechnet, wenn es um Effizienz geht. Und nicht irgendwo so zwischendrin, mitten im Betrieb. So. Da habe ich das Glück, dass mein Chef das auch so sieht wie ich. So, wir haben jetzt hier schon mal einiges raus. Ah, genau, Ofen. Selten genug im Ofen überhaupt was drin. Socken nehmen wir auch mit. Ja, Radio stärkt die Arbeitsmoral. Das stimmt definitiv. Das Schlimme ist halt, wenn halt manche Chefs halt nicht mal ein Radio erlauben. Weil da kommen solche Begründungen wie zum Beispiel, ja, es könnte ja sein, dass sie dann eine Musik spielen, die der Kollege nicht mag. Ganz im Ernst, Leute, ich bin persönlich der Meinung, wenn das Arbeitsklima einigermaßen in Ordnung ist, also das heißt, das Kollegium sich irgendwie dann doch gerne um sich hat oder einfach nur die Existenz des Anderen akzeptiert, was schon mal die Grundvoraussetzung meiner Meinung nach für Arbeit ist. Dann kann man sich irgendwie auch auf einen Radiosender einigen. Das ist zumindest meine Meinung. Deswegen ist das meiner Meinung nach eigentlich ziemlich überflüssig, da quasi solche Regeln aufzustellen. Aber wie gesagt, jeder Chef ist anders. Und nicht jeder Chef ist ein guter Chef. Definitiv nicht. Das Lustige ist, ich habe mal von einer Studie gehört, ich habe sie selber nicht gelesen, aber ich habe davon gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber als Urban Legend möchte ich es euch kurz mal hier so um die Ohren hauen, in Anführungszeichen. Ich habe mal gehört, dass es leider relativ viele Chefs gibt, die eigentlich deutlich schlechtere Chefs wären als einige ihrer Untergebenen. Was aber auch daran liegt, dass manche Leute halt einfach nur Chef sein wollen, weil sie die psychologische Beschädigung wollen. Was nicht auf alle zutrifft, um Gott bewahre. Aber bei einigen scheint es der Fall zu sein. Und andere, die gute Chefs wären, trauen sich das einfach nicht zu oder wollen einfach den Stress nicht haben. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, denn wer hat schon gerne Stress, ne? Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Kiste, wenn das wirklich stimmen sollte. Oh, da ist schon wieder so einer. Hallo. Na? Auch draußen heute hier. Und nix dabei. Nicht mal einen Euro hat er für uns. So, da ist auch wieder so ein Hase. Sind wir schon wieder überladen? Gott, wir sind... Okay, wir können schon wieder darüber Wasser schaufeln, in Anführungszeichen. Rennen ist schon nicht mehr. Wir sind schon wieder so überfüllt. Ist ja der Oberhammer. Okay, dann mach's gut. Obsti... Patio... Mentalis. Schau gerne mal wieder rein. Würde mich freuen. War schön, dass du da warst. Ja, ja, das stimmt. Die GZ... Ach, die GZ. Ey, die GZ ist sowieso so gesponnen. Ich hab mich neulich mal mit einer Freundin unterhalten, die auch andere YouTuber guckt und, äh... Ich, äh... Gott, ich weiß gerade eben gar nicht, wie er heißt. Brugar ist, äh... Ist sein Name. Ich weiß nicht, ob ihr den Brugar kennt. Ähm... Der macht halt auch solche... Er ist auch schon deutlich größer als ich, äh... Aber man weiß nicht, wie viele Abonnenten er hat. Ist aber auch völlig egal. Der hat schon mal erzählt, hat, äh... Die Freunde von mir behauptet, er war in nem Spiel unterwegs und auf einmal lief im Hintergrund des Spiels einfach ein, äh... In nem Radio ne... Musik. Äh... Oder hat er gemeint, oh, scheiße, jetzt muss ich ganz, ganz schnell ganz viel labern, weil, äh... Das übertönt dann quasi die Musik und, äh... Wenn die Musik nicht übertönt wird, dann spinnt ja gleich wieder YouTube rum, weil die GZ sperrt mir dann quasi hier wieder mein Video. Und hab mir auch gedacht, ganz im Ernst, wie irre ist denn das? Also, ich meine, ähm... GZ kann man jetzt drüber streiten. Aber das, was die sich in letzter Zeit... Also, es kann auch gut sein, dass es durchaus mal Sinn gemacht hat. Ähm... Aber das, was die, seitdem es YouTube und Co. und Internet gibt, abziehen... Sorry, also, das ist eigentlich nur noch anmaßen. Vor allem, ich find's halt auch einfach nur fragwürdig und geradezu widerlich, wie heutzutage, ähm... Ja, Rechte im Sinne von Musikrechten, Filmrechten und was weiß ich was verteidigt werden. Ähm... Das ist teilweise schon wirklich innovationshemmend. GEMA... Ne, stimmt, Entschuldigung, GEMA hab ich verwechselt. Aber GEZ ist genauso. Stimmt. GEZ ist auch im Grunde genau das Gleiche für öffentlich-rechtliche Sender. Also, ich persönlich schaue ja gerne hin und wieder ARD, ZDF und was weiß ich was. Ähm... Aber es gibt auch dann auch wieder so Momente, wo ich mich frage... Ja, also... Da hätte ich dann doch lieber Micropayment. Hahahaha... Wenn ich da so meine Heute-Show oder die Anstalt anschaue, was ich sehr, sehr gerne mache... Da würde ich dann doch lieber mich mit Micropayment manchmal einzahlen bei denen. Hahahaha... Ja, aber das wird so schnell nicht kommen. Ja, hab direkt... Das hab ich verwechselt, Entschuldigung. GEMA. GEMA ist natürlich dieser... Dieser... Räuberische... Äh... Verein. Vor allem, äh... Das Krasse ist ja, dass die Künstler selber... Ähm... Die... Also die Künstler, wenn du bei der GEMA bist, die dürfen ihre eigenen Songs... Auf irgendwelchen Festivals ohne an die GEMA zu zahlen nicht spielen. Hab ich zumindest gehört. Äh... Wird immer wieder als Argument angeführt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn das stimmt, dann ist das... Sorry. Das ist lächerlich. Das ist einfach... Es gibt keinen Facepalm auf diesem Planeten, der das irgendwie ausgleichen könnte. Ja... Ich persönlich glaube ja, ich kenne auch niemanden, ich hab noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt oder zugegeben hat, ich arbeite bei der GEMA oder ich kenne jemanden, der bei der GEMA arbeitet. Ich hab so das Gefühl, das ist ähnlich wie mit der NSA. Ey, die GEMA ist sowieso so eine Art deutsche Variante wie von der NSA, deutlich effizienter als der Bundesnachrichtendienst. Denn die GEMA, die findet raus, wenn du irgendwo illegal Musik und so weiter, ne? Im Gegensatz zum Bundesnachrichtendienst. Ähm... Das ist so lächerlich, was die abziehen. Und ich persönlich hab so das Gefühl, dass keiner freiwillig zugibt, dass er bei denen arbeitet, wenn er das tut. Aber irgendjemand muss da arbeiten. Das ist so lustig. Oder, das ist die Sorte von Mensch, die so wenig Spaß versteht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm... So, die... Die gehen einfach zum Lachen in den Keller oder die lachen nie. Also entweder wirst du dann Uni-Verwaltungsangestellter oder du gehst zur GEMA. Das ist so meine These. Ja, die hab ich gesehen. Die... Das letzte Mal, äh... Wo... Ah, wie heißt er denn? Der, der, der Hennes Bender da war, ne? Meinst du die? Ja, die hab ich gesehen. Zweimal sogar schon. Zweimal hab ich die angeguckt. Die war richtig gut. Ja, also, wie gesagt. Äh, Uni-Mitarbeiter. Uni-Mitarbeiter ist auch so ein geiles Thema, ne? Äh... Du fragst... Wenn du dich wirklich fragst, was für Menschen werden Uni-Mitarbeiter? Das ist so... Ohne jetzt was Böses sagen zu wollen, wird es schwer, die zu beschreiben. Das ist... Und das ist nicht mal gehässig gemeint. Das ist so... Wir haben regelmäßig Ärger mit denen, weil die ihre Arbeit nicht machen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Uni diese komische Mentalität bei der Verwaltung, weil der ursprüngliche Rektor, der hat mal einen saublöden Satz fallen lassen. Es ist unsere Aufgabe als Uni-Verwaltung, dem Land Geld zurückzugeben. An der Stelle macht es Tilt bei allen wissenschaftlichen Mitarbeitern, denn das ist definitiv nicht die Aufgabe einer Uni-Verwaltung. Eine Uni-Verwaltung ist als Dienstleister für die, ja, für die Institute zu verstehen. Aber dieser Satz hat sich eingeprägt und seitdem wird es auch so gehandhabt von denen. Und ja, das Problem ist, also ich hatte ja neulich meinen kleinen Wissenschaftler-Ausflug nach Dresden. Das war ja, oh Gott, wann war denn das? September, glaube ich. Ja, und da haben die so dermaßen mal wieder drauf geguckt, also ich musste ja auch so eine Reiseabrechnung machen und so weiter und so fort. Und da kommst du dir teilweise echt so vor, als ob du ein Verbrechen begangen hättest. So wirst du da geprüft, nur weil du im Grunde deinen Recht in Anspruch nimmst und sozusagen eine Dienstreise halt dir sozusagen vom Unternehmen Universität bezahlen lässt. Vielleicht geht das mir nur bei unserer Uni so, aber ja, es ist so gewesen. Und das sind halt auch wirklich, das ist auch so dieser Menschenschlag in Anführungszeichen, ohne jetzt irgendwie das zu verallgemeinern zu wollen. Es gibt da auch andere Leute, klar. Und das ist auch sicherlich nicht an jeder Uni so, obwohl ein Kumpel von mir, der war schon an mehreren Unis und der behauptet, die sind überall gleich. Ich glaube ihm jetzt einfach mal. Ähm, ungesehen glauben in Anführungszeichen. Aber, ja, es ist trotzdem... Also, ja. Keine Ahnung, was diese Leute in ihrer Freizeit machen. Das ist wahrscheinlich so die Sorte, die ganz, ganz komische Hobbys hat. Und die halten dann uns für komische Menschen. So, was trage ich denn hier alles noch mit mir rum? Äh, jede Menge Holz. Ja gut, Holz wiegt durchaus. Hat Gewicht. Sollte man vielleicht mal ablegen. Bab, 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 alles ablegen. So. Tun wir hier noch ein paar Sachen rein. Äh, wo haben wir es denn? Ähm. Ja, das tun wir da auch noch rein. Und das da auch. Und wo wir schon dabei sind. So. Haben wir noch ein bisschen Bücher hier. Die könnten wir eigentlich da drüben hier so hinpfeffern. Ablegen, ablegen, ablegen. Und ein Hölzelchen möchte ich noch. Ah, ne, die zwei Hölzelchen, die tun keinem weh. Falls wir irgendwo draußen mal spontan ein Feuerchen machen müssen. Was haben wir denn sonst noch hier? Wir haben eine Lampe zu viel. Eine Schnur. Die möchte ich auch kurz ablegen. Falls ihr irgendwas geschrieben habt, Leute. Sorry, ich bin gerade eben, wie gesagt, geistig hier. Bin gleich wieder, äh, auf dem Chat. So, was haben wir denn sonst noch? So. Ah, genau. Wieder jede Menge Zeug, das kein Mensch braucht. Wups. Und Thermo-Weste. Das Lustige ist, wenn man sich die Beschreibung der Thermo-Weste durchliest, meint man erstmal voll das geile Teil. Ist es aber gar nicht. Es gibt eigentlich meiner Meinung nach leider viel zu wenig richtig geile, ähm, Sachen in dem Spiel hier. Also so, so klamottentechnisch. So, es läuft auf die, so zwei, drei Sachen läuft es immer hinaus. Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Nicht, ich persönlich, finde es situationsbedingt nicht gut, vor allem, wenn es mich betrifft. So, wir essen jetzt erstmal ganz kurz was. 218 Kalorien, das passt. Und der Zeck kann ich mal lesen. Äh. Die Berufsverbände, okay. Da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Also, weil, wie gesagt, äh, Uni und so. Ich habe zwar schon mal ein Praktikum in der Wirtschaft gemacht, das ist aber schon x Jahre her. Ich habe mal tatsächlich ein halbes Jahr bei Porsche gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. War eine der fragwürdigsten und schlimmsten Zeiten meines Lebens. Das war so, äh, man soll ja nicht gehässig sein, aber als das damals mit dem, äh, mit, 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 mit der Sache, mit, mit, mit VW geplatzt ist, da habe ich gesagt, hm, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, das war irgendwie absehbar. Ja, Hybris, Hybris war da, war da schon ziemlich krass bei dem Verein. So, vier Stunden haben wir noch Tageslicht, wir könnten eigentlich sogar noch mal was uns angucken. Das Schlimme war damals, ähm, ich, ich habe ja in der, äh, in der, äh, wie heißt es, in der Personalabteilung der Ausbildungs, äh, der Abteilung, in Anführungszeichen, also, ja, in diesem kleinen Subsegment habe ich halt, äh, da, damals ein Praktikum gemacht, als ich noch BWL studiert habe, ähm, und, ja, also, die Sache war halt die, da kam einmal der richtige Personalchef, und das war so bekloppt, Leute, das war so bekloppt, als der kam, der, ach, alter, ey, nein, ich will nicht, ich mag nicht, kommt der trotzdem noch? Ne, das Lustige ist, der hört auf, sobald man hier ist, okay, ähm, da, da, das war damals wirklich so, ähm, ich habe mich schon gewundert, dass ich nicht quasi zu ihm sagen musste, ja, Herr Kaiser, ja, Herr Kaiser, also, ähm, also, das Schlimme war, ähm, der war, der war dann gar nicht so schlimm, wie er angekündigt wurde, aber mir wurde dann zum Beispiel gesagt, quasi, sprich ihn nur an, wenn er dich anspricht, ähm, und, ähm, äh, musst ihm trotzdem jeden, jeden Wunsch von dem Augen ablesen, also, der Kaffee muss schon dastehen, ähm, der muss so, er möchte so und so viel Zucker und so und so viel Milch, äh, und bla 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 und bla bla bla, und auf dem Niveau wurde ich sozusagen gebrieft, das war einfach so lächerlich, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, ob ich ihm guten Morgen sagen darf, weil ich darf ihn ja nur ansprechen, wenn er mich anspricht, ich habe es dann einfach getan, ich weiß nicht, ob es falsch war, ich wurde das, ich wurde auf jeden Fall nicht deswegen gekündigt, aber, das war so, äh, also, ich hatte wirklich so, die, 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 die gingen da so ab, nur weil da sozusagen der Vorstandschef, das, also, das vom Personal kam, als, äh, wenn, äh, keine Ahnung, Kaiser Wilhelm persönlich reinkommen würde, so, 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 wie damals halt, ne, als man noch den Kaiser Wilhelm hatte in Deutschland, äh, kam ich mir ehrlich gesagt ziemlich verarscht vor, aber das, äh, sorgt natürlich auch schon mal so für ein gewisses Arbeitsklima, und da war ich auch froh, dass ich da nicht geblieben bin. Hahaha, genau, Alter, was geht, Brofist, Voxi, absolut richtig, ne, ich glaube, das wäre nicht gut gekommen, das, äh, das wäre, glaube ich, das Quäntchen zu viel gewesen, oh, das tatsächlich mal was im Ofen drin, cool, oh Gott, ist ja dunkel, kann mal einer Licht machen, so, Lichtschalter gefunden, awesome, so, eine Skijacke, ist das süß, äh, achso, das kann man ja gar nicht aufmachen, das ist die Schublade, die klemmt, haha, ist so lustig, dass man in die offenen Schubladen auch nicht irgendwie was reintun kann, oder dass da nix drin ist, man kann sie ja nicht mal mehr zumachen, ne, die müssen also klemmen, die sind defekt. Einfache Handschuhe, da liegt nix rum, so, so, oh, der Hausbesitzer ist noch da, äh, ja, ich erleichtere sie mal quasi, äh, um ihre Lasten, äh, nicht drüber stolpern, na, über die tote Socke, gotcha, ha, hehehehe, Vielen Dank.